So, gerade in Berlin gelandet, wir waren jetzt auf dem Gepäck, dann gehts ins Hotel und dann werden wir abgeholt. Ja, ich bin gespannt. Wir sind jetzt hier am Z angelangt, ich habe hier schon mal den Kamerawagen gesehen, das ist ein automatisches Fahrzeug. Da rechts, in diesem Wagen begeben wir uns gleich. Und mit Chris Martin, mit dem Frontsänger, habe ich mit dem man schreiben könnte, das wäre unfassbar. Aber diese Rucolene, die wir hinten, die habe ich schon mal gesehen. Das ist ja mega. Könnte ich mir eigentlich mal ausprobieren. Ja, mach mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe eigentlich so nie, ich habe einmal in meinem Leben schon Rucolene davor gespielt. Aber ich kann auch immer noch ein Schluck von dem leisen Wasser hier. Aber ich bin auf jeden Fall eigentlich ein sicherer Fahrer. Also ich mache zwar so lustige Sachen, aber eigentlich... Aber Driften mag ich auch gerne. Okay, okay, warte. Okay, warte. Wir suchen einen anderen Song raus. Okay, ist das so gekommen? Im Matheunterricht, was man da nicht alles lernt, ne? Wahnsinn. Ja, jetzt bin ich Profi-Beatboxer. Jetzt bin ich Profi-Beatboxer. Ja, natürlich. Vielen Dank. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020